Peace, Freunde! Was geht? Und herzlich willkommen zu diesem Video, ähm, ja in diesem Video zeige ich was und zwar geht es um GTA San Andreas, weil ich ja jetzt solche Folge mache, GTA San Andreas, Badlands und so unterspreche ich nicht und habe ich das Spiel auf Englisch gestellt, das hat auch Gründe, weil ich jetzt einfach das so durchspielen möchte, bis ich da wieder bin mit Mad Dog und ja, ich kann halt nichts mehr machen mit dem Spielstand und ja, ich habe den nicht gelöscht, nochmal das Info und nochmal, ich bin gerade am nächsten Video zu schneiden, so geht das Anderes, weil es kann jetzt immer dauern, weil ich schneide Videos jetzt und Leute, wenn der Livestream jetzt zum Beispiel läuft, spiele ich nicht, ja, der läuft einfach, weil es ja ein Video ist und das wurde schon erstellt und dann stelle ich dieses Video live, ich hoffe, ihr versteht das, sonst schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr nicht versteht, sonst schreibe ich es euch nochmal ganz genau und ja, ich hoffe, ihr habt das verstanden, weil dieses Video wurde schon erstellt, das braucht man dann nur noch live stellen und das fängt dann halt und wird irgendwann beendet, wenn ich halt das Video beendet habe. Auf jeden Fall, ähm, ja, so läuft das jetzt, bis ich wieder bei Mad Dog bin, weil da spreche ich wieder und stelle ich wieder das Spiel auf Deutsch. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es auch nach oben da, Abo nicht vergessen und Glocke. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es auch nach oben da, Abo nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat,